Juhu, you beauties, und willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario Odyssey. Heute geht's auch schon auf die finstere Seite. Ich habe jetzt einfach schon 630 Sterne gesammelt, weil ich einfach nichts zu tun habe. Das ist mal wieder typisch ich in Klausurenphasen, da ich müsste eigentlich lernen. Und sonst zocke ich auch nicht so viel. Aber sobald ich einmal eine Klausurenphase habe, ich zocke all day, every day. I don't get it. Oh mein fucking Gott. Aber ich habe sehr viele von diesen Zusatzsternen eingesammelt, die man jetzt durch die fetten Blöcke da freischalten kann, weil ich mir dachte, das ist jetzt eh nicht so interessant zu sehen. Deswegen wollte ich eher die ganzen neuen Welten mit euch zusammenspielen. Bam. In the face. Du hässlicher. Mach doch deine Scheiße. Das juckt mich nicht, weil du bist eh hässlich. Ham, ich mache es einfach von außen weg. Oh, fuck. Oh, kacke, das fängt ja schon ganz toll an. Das sind so viele. Fett du. Fett du. Weg du fetter. Okay, werf deine Haare. Jetzt werf doch eigentlich deine Haare, Mann. Werf die Haare. Werf die Haare. Da, kotzt doch wieder. Du ekelhafter. Fuck. Wow. Ich muss trotzdem die Uhrzeit ein bisschen im Auge behalten, weil ich nachher wieder Yoga habe. Yoga, Beste. Okay, so. Den Rest des Coffees habe ich mir verdient, wenn ich den ersten Bossgegner schaffe, ohne mich treffen zu lassen. Ich schüttle mir meine ganze Seele aus dem Leib. Und wieder diese harte Scheiße. Dieser Hacker. 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 Hacker Cookie. Scheiße, was red ich hier? Ich sage einfach so Wörter, die einfach nicht existieren. Hört bei mir, Lisa. Fuck. Boah, ey. Ich dachte mir gerade in dem Moment so, sollte ich mich vielleicht ein bisschen bewegen. Nee. Ah, ich muss wieder woanders sein. Eigentlich habe ich mir diesen Kaffee nichts verdient. Auf ein neues. Oh mein Gott. Da habe ich so viel Lust drauf. Wir machen das einfach ganz entspannt. Fuck. Mein Gott. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Boah, ja. Geh doch weg. Boah, das war gerade ein hartes Stöhnen. Wir sind so viel besser als beim ersten Mal, weil beim ersten Mal hatten wir nur noch zwei. Und jetzt haben wir fünf. Das sind drei mehr. Wow. Mathe on fleek. Richtig krasse, hohe Mathematik. Fuck, ist das... Boah. Das fuckt mich ja hart ab, ey. Das ist doch nicht normal. Oh fuck. Nein. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Ich will das nicht noch mal machen. Fuck you. Oh. Ah. Fuck. Man kann sich da auch noch treffen. Das ist doch nicht so ernst. Da. Du Schnäpfe. Alter. Das ist doch wieder Kacke. Und ich meine so, ja, ich habe dir das die Fehler vom ersten Mal gelernt. Und dass ich mich wieder verneuert kacke treffe. Das ist doch immer dasselbe. Oh. Oh mein Gott. Boah, der ist ja ekelhaft, ey. Oh. Boah, ekelhaft. Drei Herzen für den Letzten. Oh mein Gott. Das könnte was werden. Hoffentlich. Gib mir doch einfach noch ein Maxiherz. Komm schon. Eins kannst du doch springen lassen. Eins gibt's auf Haus. Kostenlos. Erzähl. Boah, ich bin schon richtig aufgeregt. Ich hasse sowas, dieses Gefühl. Das macht mich irgendwie wahrscheinlich noch mehr verkacken. Nein, ich werde nicht verkacken. Ich werde das alles schaffen. Ich bin supergut. Ich schaffe alles. Ich kann alles, was ich will. Toll, das bringt mir einfach gar nichts. Hui, hui, hui. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Hi, hi. Setzen wir dir mal Ende. Oh Gott. Okay, ich schaff das. Ich schaff das. Ich hab nicht keinen Bock, das noch mal zu machen. Ich schaff das. Ich kann alles. Ich bin Mario. Ich bin krass. Was? Die haben... Die setzen mir auch noch einen davon hin. Ich wollte mich jetzt verarschen. So. Oh. Das klappt irgendwie besser als mit dem Vogel, finde ich tatsächlich sogar. Okay. Ah. Ich kann mich nicht für die Richtung entscheiden. Oh. Pff. Help. Yes. Oh. Ja, wir schaffen das. Wir tun das wirklich. Ich glaube es auch gerade selber nicht irgendwie. Ja, die finde ich eigentlich sogar noch... Fuck. Ich so... Ja, die finde ich voll okay. FML. Und bam. Du ass. Hab ich es geschafft. Ja. Siehst du, deswegen muss man an sich selber glauben. Ich hab von Anfang an gesagt, das schaffst du. Und deswegen hab ich es geschafft. Das schaffst du gezeigt. Boah. Alter, das ist kacke, ey. Das war die finstere Seite. Wartet erst mal auf die stockfinstere Seite. Boah. Stell dir mal vor, ich muss diesen Kampf machen mit einem Herz. Oh mein Gott. Ich würde so eskalieren. Ich hasse ja auch solche Bosskämpfe. Die sind einfach kacke. Boah. Ich schwitze. Ich meine, es ist eh momentan heiß. Aber jetzt spitze ich das auch noch. Und ich reg mich so hart darüber auf. Ich hab ne Krone. Oh mein Gott. I'm a miser angle. Yoshi. Yoshi. Oh. Oh, ich bin Yoshi. Ah, komm, nimm. Hä? Fuck. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich will einfach ein Video darüber angucken. Ich will es nicht wieder von vorne machen. Kacke. Soll ich mir das angucken? Soll ich so ne dreiste Hose sein? Ich schieß mal immer so. Ja, komm. Ich bin ne dreiste Hose. Ich gebe keinem Vorrat. Da steht man so wirklich einfach springen. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist. What? Hauptsache. Nein. Boah. Mein Gott. Wow. Das bringt mir einfach nichts. Ja. Lass mich sterben. Ich will sterben. Oh mein Gott. Ah. Äh. Hä? Habe ich die gerade noch nicht mal eingesammelt? Äh. Fuck my life. Was ist denn das für ne harte Scheiße, ey? Oh mein Gott. Nein. Mein fucking Gott. Ich raste aus, wenn ich das sehe. Ich raste einfach aus. Boah. Oh mein Gott. Hallo. Boah. Fuck. Diese harte Scheiße, ne? Oh. Was? Wo? Ich verstehe es nicht. Wollen wir denn bitte einen verpasst? Ja, super. Das hat ja viel gebracht. Oh, warte mal. Da vorne? Ehrlich jetzt. Hier direkt am Anfang. Ohne Witz. Boah. Ja, klar, ey. Ich fühle mich halt verarscht. Vor allem ohne Kappe, ohne dass man diese Giftscheiße da wegmachen kann. Ja, supi. Hä? Ich bin gesprungen. Geiler Controller. Oh. Fuck. Ihh. Boah. Das ist ja... Das ist scheiße. Haha. Und wieder auf ein neues. Hä? Was war das denn? Mann. Dieses Spiel. Das macht mich... Heart Furious. 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 Was zur Hölle? Huuuuh. Ah, spring doch! So, gleich ist die Kacki-Pflanze da. My best friend. My friend for life. Besties. Fuck. Ist das dein Ernst? Ohne Witz jetzt. Ich hab ihn dann nicht treffen lassen. Wow. Das läuft ja mal wieder ganz toll. I love it. I love the game so much. Oh, danke. Was? Oh. Äh. Hä? Muss ich jetzt noch irgendwo hin, oder was? Ist das dein Ernst? Muss ich diese Kack-Viecher auch noch besiegen, oder wie? Boah, nee. Alter, ist das ekelhaft. Fuck. Das... Oh, mein Gott. Ich muss die auch noch besiegen. Muss ich jede kleine Kack-Pflanze besiegen jetzt, oder wie? Boah, mir wird heiß. Oh mein Gott. Ich brauche gleich wirklich das Yoga, weil ich einfach null Entspannung gerade habe. Und nur noch die letzte. Bitte. Kotz. Kotz. Jetzt hoffe ich jeden so glücklich. Oh, schade. Du musst das alles nochmal machen. Ach, Mist. Oder jetzt ist hier so ein Loch in dieser Kack-Plattform. Boah. Bäh. Oh, ich will nicht. Oh. Verspannung everywhere in my body. Ich bin cool. Ich kann sowas. Das wäre jetzt noch cooler gewesen, wenn ich genau da reingefallen wäre. Das wäre... Oh mein Gott. Hallo? Ich drücke hier hunderttausendmal was und es passiert einfach gar nichts. Ach ja, scheiße. Ich habe gar keinen Helm. Fällt mir ja gerade erst auf. Ach kacke, da war ja was. Was? Willst du mich verkackern? Äh. Hä? Wie soll ich das denn schnell schaffen? Boah. Hart. Das ist... Boah. Das ist echt hart. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Oh. Okay, ja. Das ist schon machbar. Das war doch irgendwie machbar. Ich weiß nicht, warum es jetzt gerade geklappt hat. Und eben nicht. Aber okay. Ah. Oh Gott. Jetzt fahre ich bestimmt sowas von hart in den Abgrund, oder? Oh. Nein. Oh. Boah. Das war ja echt hart fies. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und schaut bei meinen Social Media Kanälen vorbei. Und den ganzen anderen Kack, den ich hier verlinkt habe. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye, Shaka-Pros. Tschüss.